Wie geht's meinem wunderschönen, großen Baby? Wie geht's meinem kleinen Baby? Gute Herzfrequenz, gute Position im Uterus. Ihnen und dem Baby scheint nichts zu fehlen. Ich hab solche Angst, dass wieder etwas schiefläuft. Das ist ganz normal nach einer Fehlgeburt. Irgendwas stimmt nicht. Was? Wovon sprichst du? Bist du hier im Haus auch schon mal diesem eigenartigen Mädchen begegnet? Wohnt sie denn hier? Ich weiß nicht. Du solltest deine Pillen weiternehmen, okay? Aufzuhören könnte erneut Halluzinationen und Nachtangst hervorrufen. Um mich geht es hier nicht. Mir ist nur mein Baby wichtig. Bianca! Komm zu mir! Du siehst Dinge, die nicht existieren. Bianca! Komm und such mich! Detektiv Williams, Savannah Police. Wissen Sie, wer diese Leute sind? Wieso zeigte die Polizei ihr Foto? Sie wissen nichts von Sarah. Hier war ein Fußspurt. Du hast wieder Halluzinationen. Nehmen Sie weiterhin die Pillen. Bringt das. Ich weiß, was ich gesehen habe. Was du gesehen hast, das war nicht echt. Oh, Nia! Ich glaube, es war dieses Mädchen. Sie glauben, er hatte eine Affäre. Er sagt, sie nehmen ihre Medikamente nicht und bilden sich deshalb Dinge ein. Wann hast du aufgehört, sie zu nehmen? Das ist nicht wichtig! Wann? Meine letzte Wanne. Dein Baby wird sterben. Lass mein Baby in Ruhe. Mit wem redest du? Hast du Angst, dass ich wieder verrückt werde? Ich werde dich niemals in Ruhe lassen. Inrealm. Ja. Na 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 präigt neutron. Was. Wi. bei спокой. Ir. Ich. Ich.